Hallo, Lars hier von IT-Zeugs.de und heute habe ich ein kleines Ärgernis bei Office 2016. Ist bei euch die Rippenleiste auch so groß? Schuld ist bei mir, dass der externe Monitor, auf dem ich hier arbeite, an einem Tablet angeschlossen ist und Office daher im Tablet-Modus arbeitet. Man schaltet hier oben um auf Maus und schon wird die Rippenleiste wieder kleiner. Wenn euch der Tipp was gebracht hat, dann freue ich mich über ein Like und für weitere Videos abonniert den Kanal. Danke, tschüss.